Wacht auf! Wir trommeln heute für den Frieden! Ergeben Sie sich! Jeder, der sich dann bewegt, wird erschossen. Keine Diskussion. Es ist unsere Aufgabe, dies zu tun. Es geht voran. Neun Staaten sind bereits reorganisiert. Wenn das wegfällt, dann haben wir schon mal die halbe Hausarbeit erledigt. Weil ich jetzt im Management ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eine Parterre-Wohnung im Berliner Wedding. Wenn es nach Bewohner Thomas Patzlaff geht, ist sie nicht Teil der Bundesrepublik. Ich mache hier am besten so. Wir haben immer hier mein eigenes Völkerungssubjekt, meine Selbstverwaltung. Thomas Patzlaff ist also sozusagen ein Mikro-Staat. Wobei der Begriff Staaten mag ich ja nicht so. Aber er muss natürlich eine Adresse haben, ist ganz klar. Dann haben wir die natürliche Föderation als globale Körperschaft, die hier treuhänderisch erstmal einsprechbar ist. Vor vier Jahren beschloss der Messtechniker, ein Staat zu werden. Er schrieb eine Verfassung und teilte der Welt mit, es gebe nun ein Land mehr. Ich habe also die wichtigsten Ansprechpartner-Körperschaften auf diesem Planeten in Kenntnis gesetzt. Natürlich die Alliierten, diverse Botschaften, die in unserer Richtung ganz besonders interessant sind. Hier Schweiz zum Beispiel. Die Engländer natürlich als Kolonialmacht Nummer eins immer noch auf dem Planeten. Papst Benedikt war zu dem Zeitpunkt aktiv. Denn auch der regierende Bürgermeister, unser guter Wurwereit. Das ehemalige Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bestehe fort, so Thomas Patzlaff. Das habe er recherchiert. Nächte lang sitzt er vor dem Computer. Also wenn eine Sache wirklich aufwendig ist, dann geht es schon manchmal bis morgens, so im Extremfall auch sechs, sieben. Und wenn dann die Sonne aufhielt, dann geht es ins Bett und ich schlafe noch ein paar Stunden. Gleich mehrere eigene Webseiten betreibt der Langzeitarbeitslose. Ja, ich habe ja nur als Harzer, als in der sozialen Hängematte befindlicher Schmarotzer des Systems, habe ich ja eigentlich Zeit ohne Ende. Wobei, wenn ich mich genau betrachte vom Arbeitsaufwand, dann mache ich hier einen Fulltime-Job. Ich hätte so einen Anspruch auf eine erweiterte Alimentierung, weil die Leistung, die ich bringe, ist Höchstleistung. Der 55-Jährige ignoriert konsequent jegliche Behörden-Schreiben. Fast täglich kommt Post. Zahlungsaufforderungen, Mahnbescheide, Briefe von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das sind jetzt nur so die aktuellen Sachen, so vor ein paar Wochen, was sich hier ansammelt. Also die Stapel sind überall in der ganzen Wohnung verteilt. Ich kriege das ja nicht mehr abgeheftet. Weil das ist einfach mehr, als man technisch schafft. Weil ich muss ja alle Fälle dokumentieren. Der Verfassungsschutz Brandenburg bezeichnet Menschen, die dem Staat kündigen, als sogenannte Reichsbürger. In Besko will man heute Gerichtsvollzieher und Finanzbeamte über sie informieren. Wer ist tatsächlich schon mal sozusagen von Reichsbürgern betroffen gewesen? Sei es, dass sie ein Schreiben konkret auf dem Tisch hatten und bearbeiten mussten, Telefonanruf oder ähnliches. Ja, das sind ja doch schon eine ganze Menge. In den Behörden werden Reichsbürger zunehmend zum Problem, so der Verfassungsschutz. Wir haben auch zum Beispiel Leiter von Finanzbehörden, von Finanzämtern, die auch konkret bedroht werden. Die dann Schreiben auf ihren Autoscheiben haben, wenn sie dann abends nach Hause fahren wollen. Wir hatten auch schon den Fall, dass tatsächlich Schrauben abgeschraubt wurden von Autoreifen bzw. Felgen. Und die Finanzamtsleiterin es gerade noch bis nach Hause geschafft hat. Ein Vorfall, der die Verfassungsschützer alarmiert hat. Hinzu kommen die ellenlangen Protestbriefe, täglichen Anrufe und Beschimpfungen. Und nicht immer sind es nur einzelne Personen. Es gibt darüber hinaus aber auch mittlerweile Gruppen, die versuchen, diese ganzen Selbstverwalter zusammenzufassen, nochmal zu befeuern. Auf deren Internetseiten kann man sich auch entsprechende Dokumente, Reichsausweise runterladen. Die bieten dann auch entsprechende Plakate an, wie hier Republik Freies Deutschland. Das kann man sich sozusagen vor die eigene Haustür stellen. Diese Arbeitsgemeinschaft staatlicher Selbstverwaltung, Republik Freies Deutschland, wird von Peter Frühwald angeführt, ein ehemaliger Republikaner. Peter Frühwald hat uns in ein Leipziger Hotel bestellt. Der 54-Jährige will Geschichte schreiben. Dafür sei Leipzig genau der richtige Ort. Wir sitzen jetzt hier gerade in Leipzig auf historischem Terrain. Damals die Völkerschlacht bei Leipzig hat die Wende gebracht. Und damals hat ein deutscher Dichter, Theodor Körner, etwas geschrieben, was ich jetzt mit symbolisch eigenen Worten wiedergebe. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten vom Feinde bezahlt. Aber wie das Volk erwacht, dann gnade euch Gott. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, sieht anders aus, als was man uns in 68 Jahren Märchenstunde in 68 Jahren Verwirrungen in der Schule, an der Universität oder sonst wo gelehrt und gelernt hat. Statt der Bundesrepublik will Peter Frühwald ein deutsches Reich, bestehend aus kleinen Einzelstaaten. Also auf Unverständnis stößt man immer wieder, ist klar. Aber das hängt eben damit zusammen, weil die Leute unwissend sind. Und wenn dann der Begriff zum Beispiel, wenn sie den Begriff deutsches Reich fallen lassen, dann gehen bei den Leuten die Jalousien zu. Das hat man den Leuten so reingelernt. Peter Frühwald nennt uns die Namen von Anhängern. Wir fahren nach Sachsen. Ins Dorf Klein-Saubernetz. Hier wohnt Familie Schneider. Spediteure, die sich mithilfe Frühwalds unter sogenannte Selbstverwaltung gestellt haben. Bereits hier auf dem Parkplatz übertrete man quasi die Grenze ins freie Deutschland. Das sind alles Fahrzeuge von Leuten, die sich unter Selbstverwaltung gestellt haben. Die auch aktiv sind in der Verbreitung des Wissens. Wir haben hier diese Kennung oder dieses EU-Zeichen überklebt. Das D ist weiterhin enthalten. Zusammen mit seinem Vater hat Henry Schneider Schilder aufgestellt, rund ums Staatsgebiet. Wir stehen der BRD Exterritorial gegenüber und haben diese Exterritorialität mit diesen Schildern gekennzeichnet. Und das ist Hoheitsgebiet, wo Mitarbeiter der Firma BRD nichts zu sagen haben. Gar nichts. Auch die Lkw trugen den Reichsadler auf dem Nummernschild. Den Behörden teilte die Spedition mit, man sei nun ein eigener Staat. An die Gesetze nicht mehr gebunden. Wir haben ja dann ein Jahr bald keine Maut mehr bezahlt, weil wir das nicht. Und da haben wir eigentlich auch wieder, dann könnten wir auch mit unseren Mitstreitern mithalten, die hier für Billigpreise fahren. 2013 kam dann die Polizei. Ach guck, ja nochmal Verstärkung. Die Kennzeichen alle nochmal. Tausende Euro Mautgebühr schuldet Familie Schneider dem Bundesamt für Güterverkehr. Mittlerweile sind sämtliche Lkw der Firma beschlagnahmt und abtransportiert. Die Spedition ist insolvent. Heinrich Schneider ließ Beweisfotos schießen. Von einer Aktion, die Vater und Sohn für einen willkürlichen Akt der Enteignung halten. Dementsprechend fühlen sich beide bis heute ungerecht behandelt. Das habe ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, die Kommunisten waren schon Verbrecher, aber das sind zehnmal größere Verbrecher, wo wir jetzt sind. Zehnmal größere. Wenn man irgendwo, irgendwem was schuldet, dann kommt der Gerichtsvollzieher, egal welchen Status er hat. Das ist furchtbar egal und dann wird gefändet, fertig, aus. Da kann man sich nicht aus dem System verabschieden. Das ist Realitätsverweigerung, ganz einfach. Meissen in Sachsen. Andreas Vorrat von den Grünen hat sich als einer der ersten mit den sogenannten Reichsbürgern kritisch auseinandergesetzt. Ungebetene Besuche waren die Folge. Die stehen dann natürlich hier auch im Büro. Keinen Gruß, naja klar. Also ich mache hier auch keine, abends sitze ich hier nicht alleine drin, das ist zu gefährlich teilweise. Als er öffentlich über die Gefahren dieser Gruppierungen sprach, gab es einen Farbanschlag und anonyme Post. Zuschriften kamen dann eine ganze Menge per Mail hauptsächlich von verärgerten Reichsbürgern. Wenn ich in Deutschland bin, werde ich dir mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat, Lackaffe. Normalerweise antworte ich auf so eine Scheiße nicht, habe ich geschrieben. Ich konnte diesen Facebook-Account dann bis zur Löschung am nächsten Tag nach Dänemark in der Kampfsportszene irgendwie zurückverfolgen. Andreas Vorrat berichtete auch über das sogenannte DPHW, das Deutsche Polizeihilfswerk. Eine Art Bürgerwehr, wie er sagt, gegründet von einem ehemaligen Mitarbeiter der Sächsischen Polizeigewerkschaft. Bei jemandem, der aber explizit aus der Neon-Arts-Szene kam, konnte man sich dort eine Uniform bestellen. Mit Stiefeln, Handschellen, glaube ich, für 99 Euro. Und es gibt auch schöne Fotos im Internet. Auf dem Rücken steht groß DPHW und dann kann man sich ganz toll wichtig fühlen. Angebliche Behördenwillkür wollte das DPHW beenden. Recht und Gesetz in die eigenen Hände nehmen, in ganz Deutschland Regionalgruppen gründen. An einer der zahlreichen Informationsveranstaltungen nahm auch Henry Schneider teil und wurde Mitglied. Auch er kaufte sich eine eigene Uniform. Diese Uniform, wozu sollte die dienen? Um dort erstmal in dieser Gemeinschaft der Polizei auf Augenhöhe zu begegnen. Eine Uniform hat auf so einen Polizisten eine ganz andere Wirkung, als wenn bunt gekleidete Leute da gegenüberstehen. Nur 70 Kilometer von der Spedition Schneider entfernt liegt der Ort Bärwalde. Dorthin begleiten wir Andreas Vorrat. Als hier im Dezember 2012 ein Gerichtsvollzieher seine Arbeit erledigen will, tauchen Uniformierte des DPHW auf. Das hat hier das DPHW halt zum Anlass genommen, mal auszuprobieren, wie das funktioniert, wenn man einfach einen Gerichtsvollzieher an der Ausübung seines Amtes hindert, in Uniform. 15 bis 20 Leute mit Kabelbindern haben ihn daran an der Ausübung seines Amtes gehindert, haben ihn gefesselt am Boden mit Kabelbinder fixiert etc. Und das muss wohl eine gute halbe Stunde so gelaufen sein, bis die richtige Polizei die Sache in die Hand genommen hat. Gegen Mitglieder des Deutschen Polizeihilfswerks ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Einige von ihnen sollen weiterhin im Ort wohnen. Das ist schon gruselig hier irgendwie. Es weiß absolut noch niemand, was das überhaupt für eine Szene ist, wie die qualitativ und quantitativ einzuschätzen ist. Ich selber sehe es erstmal nur als gesellschaftspolitisches Phänomen. Das ist keine geschlossene Ideologie, sondern es ist einfach erstmal nur ein Phänomen, das erstmal zu begreifen ist, das jetzt empirisch untersucht werden muss. Zurück in Berlin. Thomas Patzlaff hat Kaffee gekocht, für andere Selbstverwalter, die ihn heute besuchen kommen. Ich fülle jetzt mein Käppchen auf. Seit einigen Jahren schon liegt Thomas Patzlaff allein. Ein Opfer, das er bringen müsse. Das Leben eines Selbstverwalters sei nun mal kein Zuckerschlecken und für die meisten Frauen schlichtweg nicht zu ertragen. Ja, also Beziehungen ist extrem schwierig, sind etliche im Laufe der zehn Jahre aktiver Arbeit kaputtieren, die den Stress nicht ausgehalten haben, die permanenten Attacken, dann stehen halt mal der Kopf vor der Tür, dann kommt halt mal eine Verhaftung oder wird richtig Druck ausübt. Auch sei Vorsicht geboten. Schon mehrmals habe der Staat versucht, Agentinnen an ihn heranzuspielen, so sagt er. Wenn ich heute einen Kontakt mache mit einer Frau, dann habe ich im Hinterkopf immer latent, Staatsschutz oder echt. Das ist nicht so, auf den ersten Blick immer gleich zu entscheiden. Und das macht die Sache von der Lebensseite betrachtet echt schwierig. Das nimmt doch eine Menge Freude an der Sache. Zwei Mal im Monat trifft sich in Patzlafs Wohnung die Einigung deutscher Souveräne. Die Einigung deutscher Souveräne sind ganz normale Leute, die aus allen möglichen Schichten kommen und die halt auch diesen Weg durchlaufen sind, erkannt haben, dass sie raus müssen aus dem System und eine Veränderung notwendig ist. Sieben sind bisher Patzlafs Aufruf im Internet gefolgt, haben ebenfalls der Bundesrepublik gekündigt. Eine Mutter ist dabei, ein Tischler und der Sohn von Thomas Patzlaff, der zuvor bei der Fremdenlegion war. Schulden, Arbeitslosigkeit, ein leichtes Leben hatten sie bisher alle nicht. Meine Erfahrung ist, dass durch entweder, dass man einen seelischen Knacks mal gekriegt hat oder ein familiäres Ding oder eben wirklich Existenzängste hat, dass man dann anfängt zu überlegen, warum ist das so und warum habe ich nicht dieses Glück wie der Nachbar? Das System der Bundesrepublik sei daran schuld, so die Antwort. Nach dem Essen beginnt die sogenannte Ratsversammlung, streng bürokratisch. Erstmal will er anwesend festhalten, das sind übliche halt, Protokollführung. Das Erbe des Deutschen Reiches wollen die Selbstverwalter aus dem Wedding antreten. Dass die Bundesrepublik scheitern wird, da sind sie sich sicher. Nur nicht, ob das Ganze auch friedlich passieren wird. Und dann kriegen wir wieder eine revolutionäre Situation, wie wir in Deutschland auch schon oft in der Schicht hatten. Und dann geht es wieder zur Sache, dann wird wieder gestorben. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es wäre mir nicht lieb, aber wenn es die Schicht und die Naturwege so fahren, dann müssen wir da durch. Wittenburg, eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mit Rüdiger Klaassen verabredet. Treffpunkt der örtliche Marktplatz. Auch er lehnt die Bundesrepublik Deutschland ab. So, jetzt sind wir in dem wunderschönen Wittenburg angekommen. Ja, das ist eine Kleinstadt hier. Zweieinhalb Kilometer wohne ich. Mein Name ist Rüdiger Klaassen, startenlos Info. Und wenn man jetzt die Kamera hier unten rauf sieht, dann sieht man das hier. Wissen Sie, was das ist? Das kann sie sich aufs Frühstücksei tun. Das würde ich aber nicht empfehlen, das ist Salz. Als Kind war ich schon immer kritisch gewesen. Ich war als Kind halt anders wie die anderen Kinder, kann man wirklich so sagen. Ich war auf meine Umwelt mehr bedacht. So, das ist aber Chemosalz, das ist giftig. Und das geht dann in das Wasser und die Menschen werden dann gerade darüber kaputt gemacht, krank gemacht. Dann haben wir, wenn der kranke Mensch dann krank gemacht worden ist durch Umweltgifte, vernichtete Nahrung, dann geht der Mensch dort rein. Das ist das Ärztehaus. Und da bekommt er dann die nächsten Schübe, und zwar die Medikamente. Und dann wird der Patient meistens noch kränker. Und das Ende vom Lied ist, tja, dann kommt mal unter das Pflaster. So sieht das dann aus. Die anderen Bürger sind den Tag beschäftigt, in den Hamsterrädern zu strampeln. Die haben gar nicht die Energie, die können das gar nicht. So, und ich habe eine Unmenge an Energie, ich kann das. So, Rüdiger, jetzt gibst du mir mal ein Zeichen dann wieder, wenn es losgeht, ja? Mit Helmut, einem Unternehmer, der Ärger mit den Finanzbehörden hat, dreht Rüdiger Klaassen für seine Website. Auf ihr kämpft er gegen den angeblichen Fortbestand des Dritten Reichs. Das Dritte Reich selber ging nicht unter, sondern wurde über 1945 hinweg nahtlos weitergeführt. Klaassen zweifelt an der Souveränität Deutschlands. Durch fehlende Weltfriedensverträge würde der Zweite Weltkrieg bis heute fortgesetzt. Die Deutschen seien ohne Verfassung und staatenlos, ohne es zu wissen. Seine Theorien verbreitet Klaassen vor allem übers Internet. 1995 steht Rüdiger Klaassen vor Gericht. Als NPD-Kreisvorsitzender, so die Richter, war er Drahtzieher hinter einem Brandanschlag auf das örtliche Asylbewerberheim. Das Gericht verurteilt ihn zu dreieinhalb Jahren Haft. Zu Unrecht, wie er meint. Ich war Mitwisser, ich wusste das, aber es war eben einer von vielen. Und nun kommt die Situation darauf hinzu, dass man dann die Sache gemacht hatte und dann hat man mich mit der schärfsten Strafe belegt und mich mit einem politischen Schauprozess, wie aus einer, wie ein Bühnenreif, hat man mich fertig gemacht. Nach der Haftentlassung beginnt Klaassen seinen Kampf gegen bundesdeutsche Ämter und Gerichte. Es geht um Streusalz, Biogasanlagen und die Bundesrepublik im Ganzen. Unzählige Briefe schickt er an Behörden und Ministerien, reicht Klagen gegen Beamte ein. Das sind die Stempel dazu der einzelnen Einrichtungen, Behörden der Bundesrepublik Deutschland, vom Ministerpräsident bis zum Amtsgericht Hagenow, bis zur Amtsgerichten, bis zur Landesregierung, Justizministerien. Das haben sie alles abstempeln müssen, weil sie da das Thema reinbekommen haben. Verwaltungsgerichte, Justizministerien. Tja, alles. Ich bin überall nur gegen Windmühlen gelaufen. Wie Don Chichotte. Ich konnte nichts klären. Der Richter hat mit, wiederum unverständlich, wir vorgetragen. Ich habe Ihnen das alles gesetzlich, so wie heute nachgewiesen. Der Betroffene bestreitet wohl im Kern, wohl im Kern die Existenz der Bundesrepublik und insofern die Legitimation des Gerichtes. Ich wurde abgeblockt. Auf meine Briefe, keine Antworten, nichts. Wittenburg hat, glaube ich, kiloweise Post von mir. Schwerin, der Bürgerbeauftragte. Vollkommen zwecklos. Die haben es auch mir selber gesagt, da können wir nichts machen. Nö, nö, achten wir. Zurück zur Infoveranstaltung des Verfassungsschutz Brandenburg. Menschen wie Rüdiger Klaassen bezeichnet der als sogenannter Vielschreiber. Ein Kriminalpsychologe gibt Verhaltensratschläge. Sie müssen den Leuten nicht die Bühne bieten, dass die sich an Ihnen aufwerten und Sie vielleicht noch in eine, ich weiß gar nicht, auf welcher Grundlage ich hier meinen Job mache, Krise stürzen. Bloß nicht irgendwie dem Wahngebilde Nahrung geben und sagen, ja, manches an der Bundesrepublik gefällt mir ja auch nicht. Sie haben ja recht, jetzt mit der NSA ist schon komisch und so. Also, dann haben sie verloren. Und schon gar nicht zum Schein, so nach dem Motto, vielleicht gibt er dann Ruhe. Der wird nie Ruhe geben. Im Gegenteil. Der sieht, wenn ich ihm das jetzt abgetrotzt habe, dann geht es weiter. Der Reichsbürger möchte im Grunde genommen dem einzelnen Finanzbeamten oder Sachbearbeiter unterstellen, dass der die Grundlage seiner Arbeit nicht kennt, dass er nicht die Rechtsgrundlage seiner Arbeit kennt. Und wenn man in diese narzisstische Falle jetzt reintappt und sagt, na, dem werde ich jetzt aber zählen. Ich kenne mich schon aus, ich weiß, warum ich meinen Job mache. Dann wird man von den Reichsbürgern in diesen Redeschwall eingewickelt. Strich nach Faden 0815 behandeln, so wie jeden anderen auch, mit einem Zweizeiler. Nicht vom Abteilungsleiter, sondern vom anonymen Sachbearbeiter mit vielleicht irgendeiner Nummer. Wir fahren nach Norddeutschland. In der Nähe von Hamburg, in Stade, hat das sogenannte Amt für Menschenrechte sein Büro. Auch diese Gruppe akzeptiert die Bundesrepublik nicht als Staat. Wir werden bereits erwartet. Ein Mann in Uniformweste bringt uns ins Obergeschoss eines Wohnhauses aus den 80ern. Zwischen Feldbetten arbeiten hier auf engstem Raum sieben Männer. Gründer ist der türkischstämmige Selim Sürmeli. Ich bin früh morgens ab 8 Uhr in der Regel im Büro. Und wenn ich mir, ich kann nur die letzten zwei Tage vielleicht sagen, da war es einmal um 1 Uhr nachts und gestern war es, glaube ich, um 2 Uhr nachts. Und wir haben hier so viele Anfragen und auch Hilfgesuche, dass man das also kaum noch bewältigen kann. Pausenlos klingeln die Telefone. Heute hat Steven Dienst. Amt für Menschenrechte, Steven am Apparat. Wie umgehen mit Steuerbescheiden, Haftbefehlen? Jurist ist er nicht, sondern eigentlich Handwerker. Amt für Menschenrechte, Steven am Apparat. Amt für Menschenrechte. Hallo? Ja, bitte. Hallo. Ja, was ist denn hier dann? Wir haben auch sehr viele klassische Fälle. Und auch klassische Fälle würde ich sagen, GEZ, IHK. Also hier schon, keiner hat hier eine Rechtsgrundlage, auf die er sich berufen kann. GEZ verlangt von mir Gebühren. Und ich habe denen gesagt, dass die sich auf einen Rundfunkstaatsvertrag beziehen. Und da sich ja, wie wir wissen, kein Staat gebildet hat, so wie sie das darlegen, ist auch so mit diesem Rundfunkstaatsvertrag wichtig. Vorsicht. Schubladenweise Akten. Selim Sürmeli und sein Amt beraten all jene, die keine Steuern mehr zahlen, nicht länger Strafzettel und GEZ-Gebühren akzeptieren wollen. Und fordern sie auf, sich ihnen gleich ganz anzuschließen. So wie jene Männer, die Selim Sürmeli hier in Stade unterstützen. Dann haben wir hier auch noch mit der gestrigen Post andere Urkunden bekommen, wo viele Menschen sich uns zugehörig ansehen und sich erklären und sich dem Gerichtshof der Menschen unterstellen, weil sie an das System nicht mehr glauben, an das System der Gesetze, die sie jeden Tag unmündig hält. In ganz Deutschland hat Sürmelis Vereinigung bereits Gemeinden gegründet. Man plant den Aufbau eines neuen Gemeinwesens, das die Bundesrepublik möglichst bald ablösen soll. Denn die, so Sürmeli, sei ein Willkürstaat. Also ich, von mir kann also sagen, ich habe also von Natur aus ein unheimliches Recht bewusst sein. Also ich kann überhaupt kein Unrecht leiden. Und wir haben also damals schnell erkannt, dass eben wir in einem Unrechtland leben. Und dass wir hier also, ich war auch selbstständig über 40 Jahre, kann man sagen, und ich habe auch praktisch viel Geld verloren durchs Finanzamt, durch die Banken und so weiter, die mich also auch geschröpft haben. Und bin also daran praktisch auch zugrunde gegangen, muss ich ehrlich sagen. Dann haben sie Gerichtsvollzieherstand nicht geschickt, versucht mich zu enteignen. Also ich habe mich einmal verteidigt, also dank Selim oder so habe ich natürlich einmal Zeit gewonnen. Wir waren nicht auf dem richtigen Weg. Gedanklich schon, aber inzwischen sind wir seit zwei Jahren so, ich bin so 150 Prozent von der Sache überzeugt. Und ich werde mich auch nicht kleinkriegen lassen. Und ich habe gesagt, wenn ich alles verliere, also mein Leben ist mir wichtiger als meine Existenz. Unter den Männern bei Selim Sörmeli sind ein gescheiterter Unternehmer und ein hochverschuldeter Gastronom. Derartige persönliche Probleme sind symptomatisch, so der Experte. Man darf nicht vergessen, dass viele Leute, die sich einer solchen Bewegung anschließen, einer tatsächlichen existenziellen Not sind. Da ist möglicherweise die Beziehung gescheitert, da ist das Sorgerecht weg, da ist der Beruf gescheitert. Und jetzt sitzen sie eben auf ihrem Grundstück und nun wird ihnen quasi auch noch, weiß ich nicht, der Fernseher oder was auch immer weggenommen. Das heißt also, da ist auch eine reale existenzielle Not und dann kämpfen die Leute natürlich mit allem, was sie haben. Wir sind wieder bei Rüdiger Klaassen in Wittenburg. Der 46-Jährige sieht in der Bundesrepublik die Fortführung des Dritten Reiches. Dagegen müsse man vorgehen. Jetzt gehe ich in meinen Blumenladen rein und werde mir eine weiße Rose holen für den. Guten Tag. Das ist kalt. So, das ist eine schöne Rose, ne? Ja. Die weiße Rose als Zeichen des Widerstandes in der Tradition von Sophie Scholl, von Stauffenberg. Zeichen der weißen Rose gegen das fortgeführte Dritte Reich. Raufhalten die Kamera, Helmut. Auch mal raufhalten, ja? Das muss man sehen. Das ist meine Heimat. So sieht meine Heimat aus. Seit 20 Jahren wird die Heimat zerstört. Der Schwachsinn regiert in Deutschland. Der Wahnsinn, der Irrsinn und der Schwachsinn. Wir haben heute Leute an der Macht, die uns bestimmen, die ein großer Teil oder ein Anteil von denen wirklich in psychiatrische Behandlung gehört. Was anderes kann man dazu nicht mehr sagen. Es ist mit einem normalen Menschenverstand nicht mehr auszumachen. Wenn man hier unten runter guckt, sehen Sie, sieht man hier alles kaputt. Die Stadt ist schon gesperrt. So, dann sieht man hier, plane dein Leben mit Gott, das finde ich in Ordnung. Ich glaube, dass diese Stadt von Gott verlassen ist. Wittenburg kämpft mit Leerstand und Arbeitslosigkeit. Rüdiger Klaassen ist hier im Norden aufgewachsen. Seine Stadt, so sagt er, könne anders aussehen. Doch nur, wenn man die Bundesrepublik als Staat beseitige. In der Bundesrepublik Deutschland ist es wie zu DDR-Zeiten. Es ist eine Sackgasse. Es ist vorbei. Hier war unser Kaufhaus drin, weg, leer gemacht. Hier unten ist alles leer, tot. Die ganze Stadt, tot. Und hier, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Baustelle, und zwar eine Sackgasse. So. Und die weiße Rose macht das weg. Weg. Rüdiger Klaassen hat Ärger. Immer wieder. Mit Behörden, Ämtern und auch mit der Polizei. Ende 2013 wird bei ihm eine Hausdurchsuchung durchgeführt, weil er auf seiner Homepage die Bundeskanzlerin mit Hakenkreuzbinde gezeigt hatte. Das Bild stammt ursprünglich aus einer griechischen Zeitung. Nun ermittelt der Staatsanwalt wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Morgendlich, 6.15 Uhr, Kommando mit Taschenlampen und Sprengstoffhunde. Aggressiv, mit einem zerknitterten Beschluss in der Hand, der nicht unterschrieben wird, eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Wegen Hakenkreuz hier, Hakenkreuz da und Hakenkreuz dort. Kurz danach fliegt Rüdiger Klaassen nach Moskau. Er verspricht sich Hilfe von den russischen Behörden. Schließlich hätten sie als Alliierte immer noch die Macht. Zumindest über Ostdeutschland. Starten aus Info, Rüdiger Klaassen. Live in der Farbe, aus Moskau. Fortan sendet er via Internet aus Moskau tägliche Botschaften. Kündigt die unmittelbar bevorstehende Befreiung Deutschlands durch die Russen an. Und er schreibt Briefe. An die Militärstaatsanwaltschaft und an Präsident Putin. So, jetzt können sich alle Leute genüsslich daran jetzt die Augen und die Hände und die Füße reiben. Reibt euch schon die Füße. Das ist ein Schreiben von dem Präsidenten der russischen Föderation, Wladimir Wladimowitsch Putin, wo die offiziell das Thema eingangs bestätigt und Bearbeitung ist. Eine typische Reichsbürgerangelegenheit, die wir in dieser Form zwar noch nicht, aber in ähnlicher Form haben, dass sich Reichsbürger tatsächlich an die ehemaligen Alliierten wenden und denken, über die Alliierten könnten sie sozusagen ihre Rechtskonstruktsideen auch nochmal befeuern. Zurück in Stade beim Amt für Menschenrechte. Der Arbeitsplatz von Selim Sürmeli. Seinen Kampf gegen die Bundesrepublik überträgt er hier täglich live ins Internet. Mit seinen Mitstreitern ist er deutschlandweit in ständigem Kontakt. Wir haben hier Möglichkeiten von vier Einblendungen. Das ist der Hinterbereich, das ist jetzt der Bildschirmbereich und das ist der Bereich, wo ich jetzt bin. Wir können also auch entsprechend die Kommissariate hier zuschalten, die Probleme besprechen, als auch über Stream eben Tausende von Menschen mit diesen Informationen versorgen. So, jetzt rufe ich mal beim Amtsgericht mal in Berlin mal an. Eins, fünf, neun, null. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Täglich telefoniert Selim Sürmeli mehrere Stunden mit Behörden und Ämtern. Er zeichnet alle Gespräche mit seinen Kameras auf und stellt die Aufnahmen dann ins Internet. Und das ohne Wissen der Beamten. Die werden mit Fragen bombardiert. Ja, ist das Gesetz denn recht? Gesetz ist recht? Nein, Gesetz und Recht sind nicht identisch. Guck mal, die kennt die Verfassung nicht. Mit seinen Anrufen und den Reaktionen am anderen Ende des Hörers will Selim Sürmeli beweisen, dass es in der Bundesrepublik weder rechtmäßige Behörden noch Beamte gibt. Ja, beispielsweise, ob das Land Schleswig-Holstein ein Staat ist. Und ob das Gericht in Schleswig-Holstein mit rechtmäßigen Richtern besetzt ist. Und ob der Mensch in der Jurisdiktion des Landes Schleswig-Holstein oder Bundesrepublik definiert ist. Das sind skurrile Formen, die aber durch ihre Skurrilität natürlich eine hohe Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann viele Nachahmer eventuell finden, weil sich Leute das bei YouTube runterladen und sagen, ach guck mal, das ist ja eine schräge Form von Widerstand, die könnte ich jetzt ja auch mal leisten. Ohne, dass die dann gleich in dem Wahn leben, auch im Vierten Reich oder im Zweiten Reich oder wo auch immer zu leben. Sondern, dass die dann einfach sagen, ach naja, so ist der irgendwie um seine Steuern rumgekommen, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und das muss ja nicht sein. Auch Peter Frühwald telefoniert viel. Während unseres Interviews in einem Leipziger Hotel klingelt immer wieder sein Mobiltelefon. Derzeit versucht Frühwald, alle Selbstverwalter zu einer großen Bewegung zusammenzuschließen. Und wie hat Friedrich Schiller schon geschrieben, es bedarf auch Leute, die sich um die Wahrheit kümmern, weil sonst würden wir hier die Wahrheit nie erfahren. In Hunderten von Videobotschaften kommentiert Peter Frühwald seine Sicht auf die Situation in der Bundesrepublik, gibt Hinweise, wie man dem Staat den Rücken kehren könne und bietet bundesweit Seminare an. Die sollen gut besucht sein. Drehen dürfen wir dort jedoch nicht. Von Lieschen Müller, die im Moment als Mutter zu Hause irgendwo im Internet recherchiert, auf irgendwas gestoßen ist, bis zum mittelständischen Unternehmer, der immer wieder von Zwangsbetreuungsanstalten beglückt wird, wie IHK, sind das eigentlich alle möglichen Leute. Auch der Bewohner dieses Berliner Grundstücks orderte bei Peter Frühwald ein Grenzschild und erklärte seinen Besitz zum exterritorialen Gebiet. Mehrere Seminare hatte er bei dem Leipziger besucht. Nun ist er ein Fall für das Landgericht Berlin. Richter Tobias Kähne zitiert aus der Anklageschrift. Dann soll er gegenüber Bezirksamtsmitarbeitern geäußert haben, er würde im Falle eines Angriffs gewaltunglaublicher Härte gegen alle Beteiligten einsetzen. Eine weitere Äußerung, die er getätigt haben soll, ist, dass er gegen die Behördenmitarbeiter vorgehen und sie auslöschen würde. Der Angeklagte heißt Daniel Schwarz und arbeitete als Pyrotechniker. Als er auf seinem Grundstück tonnenweise Chemikalien und Pyrotechnik lagerte, geriet er mit den Behörden in Streit. Kontrolleuren des Umweltamtes verweigerte er den Zutritt, soll mit Gewalt gedroht haben. Die Polizei befürchtete das Schlimmste, stürmte im Sommer 2013 schwer bewaffnet das Grundstück und fand kiloweise Sprengstoff. Insgesamt muss man, glaube ich, das Thema Militanz ernst nehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bzw. das Bundesinnenministerium hat in einer großen Anfrage auf das Thema Breivik hingewiesen, dass man sich natürlich die Reichsbürger auch gerade im Hinblick auf mögliche Gewalttätigkeit, Gewaltakte anschaut. Nach seiner Verhaftung wurde Daniel Schwarz in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Hier wartete er auf seinen Prozess. Doch am Tag der Verhandlung gelang ihm die Flucht. Er verschwand spurlos. Tagelang rätselten Behörden und Presse über den spektakulären Ausbruch und den Aufenthaltsort. Auch die Staatsanwaltschaft Berlin weiß zunächst nicht, wo Daniel Schwarz ist. Dann erhält die Behörde Hinweise, er sei im Ausland untergetaucht. Nach seiner Flucht haben wir einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Wir hatten Hinweise, dass er sich in Polen aufhält. Deshalb haben wir auch einen internationalen, einen europäischen Haftbefehl gegen den Angeklagten erwirkt. Nach mehreren Wochen Recherche gelingt es uns, Daniel Schwarz auf seiner Flucht ausfindig zu machen und zu treffen. Er ist in Polen, in Stettin. Treffpunkt ist eine Straße neben ein paar Abbruchhäusern. Gleich in der Nähe wohne er, so erzählt Daniel Schwarz. Und beteuert, er sei nicht gefährlich, sondern Opfer bundesdeutscher Behörden. Das ging also von Briefen, die gelben Briefe, die geschickt wurden und so weiter. Also das ständiger Terror. Man hat ja auch gemerkt, eine bestimmte Frequenz, alle zwei Tage und so weiter. Also da steckt ein System dahinter. Daniel Schwarz will uns in einem Hotel seine Geschichte erzählen. Sein Ausstieg aus der Bundesrepublik begann mit einem Seminar bei Peter Frühwald. 117 Euro, dachte ich, na gut, in Ordnung, das kannst du einfach mal machen. Und das war dann ein Seminar, ich glaube, das waren fünf Stunden in etwa, wo es dann um das Thema Völkerrecht ging. Peter Frühwald habe ihm erzählt, dass mit dem Ausstieg aus der BRD sämtliche Behörden keinen Zugriff mehr hätten. Das Gegenteil aber sei der Fall gewesen. Regelmäßig tauschte sich Daniel Schwarz nun auch mit anderen Anhängern Frühwalds aus. Alle Selbstverwalter, so wie er auch. Das lief im Wesentlichen über Telefon und Kommunikationsmittel, wie Telekommunikationssoftware über Internet ab, wo man also Telefonkonferenzen mitmachen konnte. Wen ja in direkten Treffs, weil die Menschen einfach in ganz Deutschland verteilt waren. Daniel Schwarz rechnet damit, dass die Bundesrepublik in Kürze zusammenbrechen wird. Dann, so sagt er, will er Genugtuung. Zwei LKW, zumeist giftiger Materialien, ließen die Behörden von seinem Grundstück abtransportieren. Ich verlange natürlich das ganze Material zurück. Und ich werde mich also auch nicht mit Geld abspeisen lassen, sondern verlange die Materialien in den gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften zurück. Und wenn die eine komplette Fabrik errichten müssen. Gut zwei Monate nach unserem Gespräch wird Daniel Schwarz in Stettin verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Erneut wartet er in der geschlossenen Psychiatrie auf den Beginn seines Prozesses. Ein Gutachten soll nun klären, ob er schuldfähig ist. Zurück in Sachsen bei den Schneiders. Im Dorf gelten Vater und Sohn als Rebellen. Daraufhin haben sich hier im Umkreis auch ein paar andere Leute unter Selbstverwaltung gestellt. Also ich bin hier nicht mehr der Einzige. Und mittlerweile ist das Thema so publik geworden. Gerade auch aus den ganzen Dingen, die wir hier so in die Öffentlichkeit getragen haben. Die Männer aus der Nachbarschaft, die wir bei den Schneiders treffen, zeigen uns Ausweise mit der Aufschrift Deutsches Reich. Auch sie halten nichts mehr von der Bundesrepublik. Die Schneiders haben mittlerweile zahlreiche Unterstützer und Mitstreiter in der Region. Eine eingeschworene Gemeinschaft ist entstanden, die sich den Behörden und Ämtern verweigert. Das Wissen, das haben viel, viel Leute mehr, als wie hier überhaupt angenommen wird. Die warten einfach nur auf den entscheidenden Tag. Und dann sind sie alle dabei. Die Polizei rückt hier nur noch in Mannschaftsstärke an. Wird dabei von den Schneiders jedes Mal gefilmt. Zur Beweissicherung für spätere Zeiten, so sagen sie. Es gibt Polizisten, die können nachts in Ruhe draußen auf der Straße ihren Spaziergang machen. Aber es gibt genügend Polizisten oder auch andere aus diesem Rechtsbeugersystem. An deren Stelle würde ich nachts überhaupt nicht mehr draußen rumlaufen. Weil der Hass, der Hass der Menschen, der staut sich auf. Und irgendwann kommt er aber aus den Menschen raus. Nicht nur gegen die Polizei wenden sich die Männer. Sondern auch gegen Richter, Finanzbeamte und vor allem Politiker. Die, die sich Politiker schimpfen oder staatsführende Leute sich schimpfen, die heben alle in Eid oder schwören alle in Eid. Und wenn wir zu unseren Rechten kommen und wo wir für kämpfen, dann haben wir wieder Rechte. Und dann werden diese Leute, die diesen Eid geschworen haben, die werden dann büßen. Berlin 2012. Vor dem Reichstag erscheint Selim Sörmeli. Ich möchte Ihren Ausweis haben, damit ich weiß, mit wem ich hier gesprochen habe und mit wem ich eine Korrespondenz getreten bin. Die Menschen müssen lernen, für ihr eigenes Recht zu kämpfen, zu stehen. Denn wer sein Recht nicht nutzt, der hat keine Rechte. Und wer sein Recht nicht weiß, hat auch keine Rechte. Von dramatischer Musik untermalt, zeigt Selim Sörmeli, was in Berlin passiert, als er sich weigert, seinen Personalausweis zu zeigen. Die Situation eskaliert. Selim Sörmeli wird festgenommen. Seine Anhänger filmen die Szenerie. Und das nicht ohne Grund. Wir vergessen nicht, diese ganzen Videos sind auf Hochglanz festgehalten, auf HD-Qualität festgehalten. Und es waren ja viele Kameratis ja da. Und diese Personen werden jetzt beim AZ International steckbrieflich gesucht werden. Und wir lassen auch nicht locker. AZ International. So nennen Selim Sörmeli und seine Unterstützer ihren eigenen sogenannten Gerichtshof. Der soll nun gegen die Berliner Polizisten, aber auch andere Behördenmitarbeiter vorgehen. Jeder, der hier sich gegen Menschen vergreift, wird hier namentlich und gesucht. Hier unter anderem eine Gerichtsvollzieherin, die behauptet, sie wäre Beamtin und sogar mit Belohnung. Der Gerichtshof hat sogar eine eigene Homepage. Auf ihr werden Gerichtsvollzieher, Richter und Polizisten zumeist mit Foto und Namen gezeigt. Mit unabsehbaren Folgen für die Betroffenen. Wir wissen wirklich nicht seriös, welchen fatalen Einfluss solche Leute auf irgendwelche Menschen haben. Das ist natürlich, das muss man dabei immer wieder ernst sein, bei Sörmeli, bei Klaasen etc. Alle, die man dann auch so nicht ernst nimmt, man weiß nicht, ob dann irgendwo mal jemand austickt. Das halte ich aber für sehr wahrscheinlich. Und in diesem Reichstag sitzt der Deutsche Bundestag! Ein letztes Mal treffen wir Rüdiger Klaassen. In Berlin demonstrieren er und seine Mitstreiter seit dem Sommer 2013. Bundesinnenministerium und Berliner Senat haben die Genehmigung erteilt. Ja, ich stehe jeden Tag hier. Und zwar seit 137 Tagen. Und ich bleibe stehen. Wir geben nicht auf, solange bis zur Befreiung. Rüdiger Klaassen ist nicht allein. In Deutschland soll es derzeit 93 Gruppierungen mit Tausenden von Anhängern geben, so der Verfassungsschutz. Und ihre Zahl wachse weiter. Die Zahl wachse weiter.